Die Erklärung, ich kann die aber nur liefern, weil ich meine Mutter sehr gut kenne und auch mich selber und eigentlich das Funktionieren des, glaube ich, des menschlichen Gehirns doch ziemlich eingehend studiert habe, in Einsamkeit in der Natur. Ich glaube, der Grund ist der, dass dieses Objekt, dieser Schwamm, den habe ich gestern selber ersetzt, er war kaputt, der alte, ich habe ein neuer hingetan und du hast dich gefragt, weshalb ist denn da jetzt ein neuer Schwamm und bist diesem Gedanken nachgegangen. Du bist geübt darin, Dingen nachzugehen, weil du immer wieder selber rekonstruieren musst, was ist da eigentlich geschehen, wo stehen wir, weil das Gedächtnis dir nicht zur Verfügung steht. Jetzt muss ich schon wieder einen neuen Teil.